Ja, ja, ich nehme auf, Ruhe jetzt. Wir sind doch irgendwie automatisch ausgestiegen. Die beste Megpilotin der Realität wird die Mission anführen. Sie wird die Steuerung übernehmen, ihr und das Team die Waffen. Die Brücke gehört dir, Paradigma. Waffenteam, zuhören. Heute erledigen wir den imaginierten Orden. Ein für allemal. Unser Ziel ist ihr Waffensystem, der Welten beändern. Bodenteam, Status. Bodenteam ist bereit. Die Schilde sind deaktiviert, wenn ihr die Insel erreicht. Man nennt mich nicht umsonst die Legende. Aha, gut verstanden. Bereithalten für Startsequenz. Crew, an die Kampfstation. ZDF-1. Vier, Lieber, 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 Lieber. Glocke, die Schilde sind nicht herumschlussetig. Beideam, ist das versucht, die St. Glocke. Hey, Schild? Einer! Ja! Ja! Waffensysteme sind bereit. Jetzt Bartos einen Weg durch die Asteroiden. Kollisionsalarm. Bereit machen für Ausweichmanöver. Los geht's. Achtung, wieder einzeln. Ich bringe uns runter. Wir müssen den Wettbewerder schnell angreifen. Mach den Weg frei. Ich bringe uns hin. Ähm, Legende? Ich dachte, du kümmerst dich. Ja, ja, ja. Das packen wir schon. Ähm, sobald wir herausfinden, wie. Wir kümmern uns. Ganz genau. Warnung. Starkes Energietal entdeckt. Läderangriff auf 10 Uhr. Achtung, einschlagen. Energie in den Herzbrecher umleiten. Ähm, ähm, ähm! Bär! Wunsch. Wunsch. Fakt! Wir sind der Gegner in der Luft entdeckt. Verkäten abscheiden! Wir lassen zu viele durch. Schieb der Allgäte in der Luft. Paradegme antworten! Hörst du mich? Bin hier. Sind außer Gefecht. Systeme beschädigt. Ohne Reparaturen stecken wir hier fest. Keine Sorge, ich kenn da wen. Das ist dein Moment, Kumpel. Es ist ein Versuch wert. Energie, jetzt wieder Herstellungs-Snobsystem umladen. Ich fasse es nicht, dass das funktioniert. Bravo, Charlie. Wir sind wieder am Start. Wunder, wir müssen uns verändern. Wunder. Ich bin wieder am Start. Ich bin wieder am Start. Der Weg mehr, da lebt sich aus. Sof jetzt! Ach! Der Weg mehr, da lebt sich aus! Sof jetzt! Die Schilder sind ausgeschaltet. Das Ding ist ungeschützt. Wir sind unterwegs. Lichtkläge aktiviert. Ich erledige die Luftschiffe. Kümmern sie euch um die Bodentrumpen. Alle feindlichen Kräfte wurden eliminiert. Das ist unser Schatz. Energie in den Klingenschlag. Leidliche Ladungen entdeckt. Wartet! Auf hier! Auf hier! Los! Waffensysteme offline. Hört ihr mich? Jemand verletzt? Los! Auf die Beine! Kommt! Sloane freut sich eher nicht, dass wir hier sind. Ich sehe sie, Jones. Sie hat einen Panzer. Also weg hier. Kopf runter aufs Frontmier. Halt den Beschuss! Sie können sich nicht ehemalig vor dir verstellen. Sie können sich nicht ehemalig vor dir verstellen. Hälfte gegen die Beine! System bei 55 Prozent. System bei 55 Prozent. Dann endet alles. Der Nullpump wechselt die Realität. Bleibt auf Abstand. Außer ihr wollt nahe wohin auch immer. Bewegung! Niemand geht, bis alle Beine ausgeschaltet sind. Erledigt sie! Ach so! Halt mal! Hey! Hey, T-Bot! Halt mal! Halt mal! Sie gehen wohl nie auf. Ich bin aber froh, dass du da bist. Endlich bekomme ich die Chance, das jetzt zu Ende zu bringen. Ja! Und wieder online. Verstanden. Jones, wir brauchen mehr Zeit. Halt, 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 halt! Nicht schießen! Sloan! Das geht auch anders! Immer so dramatisch. Noch irgendwelche letzten Worte, Jones. Ähm... Vorsicht! Ich, äh, dachte, ich gehe euch zur Halt. Willkommen zurück, Paradigma. Äh... Wer ist das? Der Nullpunkt ist auf Tschirna gerichtet. Ja, das ist unsere Chance, ihn zu finden. Lass! Okay, jetzt liegt es bei euch. Wir haben nichts viel Zeit. Diese Kristalle zerstören gleich den Nullpunkt. Kümmert euch! Der Nullpunkt ist fast hoch. Der Nullpunkt ist fast hoch. Und lasst das. Der Nullpunkt ist fast hoch. Los Angeles hat mit ihnen zu fahren. Sie sind fast hoch. Lass uns mit ihnen zu. Der Nullpunkt ist fast hoch. Und sie ist fast hoch. Wir haben ihn da. GG